Als euer Vater blutend vor mir lag, bettelte er darum, ich möge sein Leben beenden. Es bereitet mir Vergnügen, seine Qualen zu sehen, so wie ich auch euer Leiden genießen werde. Tretet ein in meinen Bau und macht euch bereit, eurem Schöpfer zu begegnen. Ich habe schon viel von euren Heldentaten gehört, doch leider konnte ich euch noch nicht dabei zusehen. Ich werde euch das Kommando über meine Armee übergeben und ihr sollt die Ehre haben, den letzten Schlag zu koordinieren. Sir Longarm und ich werden euch beobachten. Bereitet dem Treffer des Wolfs mit den Zeitkräften des Königs und Sir Longarms ein Ende. Er hat bereits den Großteil seiner Armee ausgelöscht, doch dem Wolf bleiben noch zahlreiche Männer und sein Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Er hat das Geheimnis des kochenden Öls entdeckt, dringt also nicht zu ungestimmt vor. Setz stattdessen die neuen Tribocke ein, um ihn aus der Ferne zu schwächen. Wohin gehen wir? Mein Bogen ist euer. Eine Botschaft des Wolfs. Bald werdet ihr sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Allzeit bereit dienen. Sehr wohl, mein Herr. Juhu, die ... Was ist das? Mein Herr? Nennt euren Wunsch. Wir röcken aus. Ja, bitte? Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Und weiter. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Sehr wohl, mein Herr. Wir röcken aus. Und weiter. Ich bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Visiere an. Fehl angepeilt. Pfeile bereit. In Bewegung. Rücken aus. Wie können wir helfen? Ziel ist notiert. Konstruieren Belagerungsgeräte. Triebock bereit. Flugbahn ist berechtigt. Triebock bereit. Sire. Sire. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Wir benötigen Steine. Bloß weg damit. Ja. Im Laufschritt. Und Marsch. Wir benötigen Steine. Mach's gut, Bessie. Bereits, eure Lordschaft. So gut wie tot. Sie sind Geschichte. Ich kann nicht anvisieren. Vorwärts. Ladet nach. Kurzer Prozess. So gut wie tot. Ich kann nicht anvisieren. 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 Sie sind Geschichte. Im Laufschritt. Und Marsch. Wir benötigen Steine. Das Vieh ist bereit. Was gibt's? Auf ins Getümmel. Bewegt euch. Die sind so gut wie tot. Ein Kinderspiel. Meine Stiefel sind undicht. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Das ist leider nicht möglich. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. In Bewegung. Boden gespannt. Nennt euren Wunsch. Mein Herr, rücken aus. Ja, bitte. Ein leichtes. Belagerungsturm bereit, Sire. Ja, Herr. Zur Stelle. Vorwärts. Eure Befehle. Visiere an. Achtung! Im Laufschritt. Und ladet Marsch! Kurzer Prozess. So gut wie tot. Sie sind Geschichte. Sie sind Geschichte. Ladet nach. Kurzer Prozess. So gut wie tot. Sie sind Geschichte. Ladet nach. Kurzer Prozess. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Viel angepeilt. Ja. Pfeile bereit. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Ziel angepeilt. Und los. Vorwärts. Ja. Immer rein in den Dreck. Mein Herr. Pfeile bereit. Boden gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Was ist das? Muskelkraft, Hühnerfutter. Eure Befehle? Pfeile bereit! Was wünscht ihr? Wir haben keine Chance. Sturmbock bereit, Myloch. Ein guter Marsch. Ihr könnt auf uns zählen. Sehr wohl, mein Herr. Wie lautet der Plan? Auf Sie! Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Katapulten bereit! Eure Gläub vollstriert! Katapulten bereit! Bereit, Myloch. Wohin gehen wir? So gut wie erledigt! So gut wie erledigt! So gut wie erledigt! Was wünscht? Bogen falsch! Allzeit bereit! Kein Problem! Bogeneshütte bereit! Bogen! Was ist das? 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 Was ist das?